Hey, jetzt sind wir hier wieder. Naja, okay. Tja, tut mir leid. Der da hinten, der ist ein guter Arbeiter, ne? Der arbeitet die ganze Zeit unermüdlich. Wir müssen gleich irgendwie an den Käfern vorbeikommen. Heftige Viecher, echt. Das geht gar nicht. Ohne Weltenbaum hat. Keine Hitbox. Oh, shit. You finna do? Oh, shit. You finna do? Oh, shit. You finna do? Schmerzen Augen. Fuckin keen hearing. These creatures are a nightmare. Ja, ich möchte den aber jetzt nicht schon killen oder so. Ach so. Deswegen konnte ich ihn eigentlich mit dem Wurfmesser abhauen. Weil er wahrscheinlich gepanzert ist durch seine Flügel. Wenn er die Flügel... Wunder. Schmerzen. Dann Lyn. Wen. Oh, shit. Ja, okay, ich bin selber ganz schön leise gerade. Das hat er nicht gehört. Na gut. Sicher, sicher. So, wo laufen wir am besten lang? Gerade durch, oben rauf. Erstmal die Wege studieren hier. Ja, Liebestand ist wohl besser. Das stinkt. Oh, nur eine Stunde. Äh, wie lange? 32 Minuten, genau. Naja, es kommt, weil wir so oft gestorben sind. Ich sollte das Artefakt stehlen? Oh, egal. Noch ein paar Fertigkeitspunkte bekommen. Oh, eine Steam-Errungenschaft. Akenasch Atrium. Hey, du schaust? Du besser nicht sterben, bevor ich dich beheben kann. Ich kann dich beheben. Ich kann dich beheben. Answer, Herr Governor. Who told you of the existence of these plans? Who told you where they were? Speak! Who? Everyone. And no one. Sometimes you just have to listen to people thinking. And you, you think so hard, you humans. You prattle on all day long inside your little skulls. What are you going on about? Listen to people thinking. You still haven't understood? All those desperates who had the bad idea to taste amber. I hear their thoughts. I hear everything they think. And the elves, they're like me. They hear your guards thinking that they'd hope for a bit less boredom thanks to a small dose of this golden poison. It appears that smuggling is doing well. The elves have had your tower under surveillance since the beginning, Barrowman. Lies! You're making it up. Oh really? Yet I can clearly hear your torturer thinking that this morning he sold the pipe of a prisoner to be able to pay for a little smuggled amber. And also that his balls are itching. There is no contraband in Akinash. Consummation of amber is prohibited. You're talking nonsense. Eren, you will gather your men and inspect the bowels of the tower. I want to know the truth. But father, if the elves are spying on us, wouldn't it be better to focus on- Don't meddle in diplomacy. I'll make sure to summon the elf ambassador. And if they are watching us, he will answer for this betrayal. If you say so, father. And so you managed to get hold of the plans of Akinash. Have you given them to the elves? Well, anyway, Queberus was the only one able to decipher them. No, I still had stuff to do inside your walls before returning to the Worldtree. I heard that access to the heart of the tree, the bridge, was protected by a tamper-proof lock. And that you keep the only key in your apartments. So I said to myself. I'll take my hand. Hey, Rakash. If you hope to reach the heart of the Worldtree, you'll need this key. Go visit this governor. Try not to dirty the carpet's too much. Well, while I stuck up on throwing knives, I'll ask Ozcan how to enter the freaking fortress that is Governor Barrowman's apartment. I'll look at this one until I can go. Achso, that's where we were before time were just going. Where we were before just went. This is already a bit. Oh, Sand, Sand, Sand. Äh, was? Wo, 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 was? Wo sollen wir zu Ostkahn? Da unten. Oh Gott. Boah, richtig gut gemacht. Wir sollen uns erstmal gleich im Hideout sterben. Das ist eine Leistung. Das ist eine Leistung. Ostkahn, Ostkahn. Ich hole mir trotzdem den Sand. Egal, welche Gefahren ich da aufnehmen muss. Ja, genau. So. Hey, schau, wer ist hier? Und so, ich bin nach Lord Barrowman's place. Was? Was hast du ein Gehirn, oder hast du einfach eine Deathwish? Du willst du auf der Big Bosses' place, wie das? Well, ich würde mich mit einem Besuch mit der Hunting-Horn haben. Aber ich habe es in meinen anderen Händen. Das ist ein Gehirn. Und wenn du wirklich da gehst, ich könnte einfach wissen, wie du in deinem Gehirn wirst. Ich erkläre dir, wenn du mir nur so gut bist, einen kleinen Souvenir zurückkommst. Du wirst nicht wissen, wie du zu den Harten des Tres bist, weil es mir Zeit dauern würde. Nein, wenn ich das wusste, hätte ich mir schon selbst verwendet. Der Harten des Tres. Nur in den Tres und hol es, Alter. Well then, okay, I'll see if I can find what you want. Spit it out. I know that Barrowman has a secret room in his apartment, and I'd like to know what it's used for or what's inside. For someone like me, that kind of information is worth big money. Hey, finding secret rooms is what I do. Listen, every day Barrowman gets a delivery of huge chests containing his clean clothes, food from his personal reserve, and documents that he has brought up from the library. All you have to do is to get inside one of the chests and be delivered to his home. What do I look like? Pastrami? Then again, I got nothing to lose. What is it you need me to get? I don't know. Anything that looks expensive. I've never set foot inside the governor's place, but there must be plenty. Okay, I'll see. Will that be all, my prince? No, there's a guy, Owain. The foreman of the reinforcement works. A crooked heart, like you and me. Except that, all of a sudden, the guy wants to go straight. He had a vision. You know the type. Anyway, I don't know what's bitten him, but he threatened to inform on some of my guys if I didn't leave him alone. I get the feeling that a friend of yours is going to have an accident. Yes, but more than that, I want to make an example of him. Something that says, when you do business with Oskan, it's for life. Or death. Bring his body back to me, and I'll arrange a small show in public. Damn, transporting a corpse. This is going to cost you, buddy. I hope it's worth it. Sitting up to your ass in water all day long. Haha, don't worry about that. Okay. Interessant. Wir sollen ihm was mitbringen. Wir sollen ins Gouverneursbüro einbrechen. Und mal gucken, was wir da so finden. So, wo haben wir denn unser Buch? Wo können wir denn noch was lernen? Das war doch auch oben, oder nicht? Wo wir ihn ursprünglich... Oder haben wir ihn hier ursprünglich? Ne, wir haben ihn woanders erst getroffen. Mhm, 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 mhm. Kurz suchen. Kurz suchen. Hey, ich blöd. Wo ist denn das Buch? Hallo? Hallo? Hm, mhm, 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 mhm. Huch, huch, huch. Bist du nur... Vergiften. Ne. Es wird doch kaum unten sein, oder? Bist du nur... Okay. Äh... Oskar, Oskar. Wo? Wo? Hier, nicht. Hier, irgendwo. Wie blöd. Ich weiß gar nicht, wo das war. Also, verstecken will ich nicht. Irgendwo. Menü nur werden, ja. Ja, ja. Das ist so schwer. Ich meine, ich brauch das. Ich will das. Ich will das Buch. Oh, hallo. Wie tief kann das denn hier sein? Ah, sein, 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 sein. Ich möchte ja was lernen. Okay, nee, hier geht's nicht. So, ich glaub, wir haben ja... Ich blick da nicht durch. Tische haben wir alle angeguckt. Ja. Wir haben die... Das letzte Mal waren die doch auf dem Tisch, oder nicht? Irgendwo hier, oder so. Es ist und bleibt ein Rätseln. So, letzte Chance. Aber hier war... geht doch geht doch so und hier was bringt uns Jäger denn? gar nichts was ist das? töten die könnte ich beide leeren das mach ich auch das mach ich auch schade aber ein Artefakt hätte ich schon gerne noch gefunden aber das wurde uns das irgendwann mal angezeigt oder ist es einfach nur geheimmäßig ach was weiß ich keine Ahnung egal wir starten in die neue Mission